Herzlich willkommen zu einem weiteren Quick-Tip. In diesem Quick-Tip zeige ich euch, wie man mit dem Element-Converter AFA-Dotten kolorieren kann. Zuerst beginnen wir, die Elemente zu isolieren. Das heisst, ich klicke hier auf ein Layer, rechte Maustaste, Layer-Status ändern und Layer isolieren. Zweiter Schritt, ich gehe hier auf Polygon-Zug in Füllfläche beim Element-Converter, fahre hier grosszügig. Die Elemente ein und setze hier eine bestimmte Farbe. Linien möchte ich nicht löschen, die brauche ich noch. Sobald ich das gemacht habe, sehe ich hier, hat es noch Element-Gruppen. Da gibt es genau neben Polygon-Zug gibt es auch Element-Gruppen-Füllflächen. Also wähle ich diesen Befehl aus. Auch wieder hier alles grosszügig umrahmen. Und gebe ihnen auch wieder eine bestimmte Farbe. Sage hier, Linien nicht löschen. Und dann habe ich die Elemente schon mal als Füllfläche. Nun gehe ich hier auf Fläche Elemente wandeln. Sage, dass ich diese Stilfläche haben möchte. Wähle das Ganze an und dann habe ich hier auch eine Stilfläche. Nun kann ich den Layer-Status wieder ändern. Und schon habe ich alle Elemente eingesetzt. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Alplan.